Wir befanden uns im Landeanflug in unser Gastland Polen, auf dem Weg zur Hirschbrunft in der Oberförsterei Podanin. Mit Überqueren der Oder kreisten unsere Gedanken um Brunfterlebnisse der vergangenen Jahre in Podanin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach den obligatorischen Probeschüssen starteten wir dann zum ersten Ausgang. Sollte die Probeschüssen starteten. 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 Nächster Pireti Kleine Hirsche Nächster 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 Het is 170 meter Nächster 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 Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Du trójke nicht, oder? Nein, nein, nein. Aber hier ist ein Rad. Na Paśino, wie es ist. Was? Musik 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 Danke, danke, danke. Ja, beide. Ja, ich bin auch gut. Ich weiß, was das ist. Ja, schön. Ja, schön. Die Roboter. Okay, wir fahren. Als nächstes stand die Kontrollsuche auf den von Christoph am Vorabend beschossenen Hirsch an. Hierzu trafen wir uns mit Mikowai und seinem erfahrenen Schweißhund vor Ort. Ich bringe 3 von Kilo, nie? Poshiliko, abendiar dolił tam 4-5 Kilo też nie, vaić, nie? Duż, nie? Ja. Wież, bo po strzale jak masz puste to on tak sekunda postoi i patrzy nie? A to jest od razu, kurwa, w momencie strzału, kurwa, wypierdolił nie? Parbar się zaim liczny, nie? Chodziliśmy za dużo ze stomekla. I on jak akurat, żebyś nie zaladł się, jak można. Super, że składniesz. Tak? Tak, zaraz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mehrfach setzte Mikuai den Schweißhund an. Der Hund zeigte jedoch keinerlei Interesse, sodass von einem Fehlschuss auszugehen war. Christoph war sichtlich niedergeschlagen. Erleichtert waren er und Tomek dann am Abend, als sie die gute Stimme des Hirschen wieder vernahmen. Und die Enttäuschung sollte dann am folgenden Morgen in pure Freude umschlagen. Musik 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 Noch bei Dunkelheit vernahmen Christoph und Tomek den Hirsch am folgenden Morgen auf der freien Fläche. Mit zunehmendem Licht sahen sie ihn dann mit dem zwölfköpfigen Grudel. Über den Zielstock konnte Christoph dem Hirsch auf 150 Meter die Kugel antragen. Und Drak durfte erneut an einer Schweißferte vertrauen finden. Musik 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 beef Auf Wiedersehen! Kann ich? Ja Das ist ein Te kulki przyjął, czy nie? Chyba tam wstydzie, że tak Chyba tam Chyba nie jest Praca Chyba nie jest Chyba nie ma być To nie jest To jest bardzo utracowa Wielce na już Hier verschiedene Gefühlswelten oben und runter und da kommt Barcos gerade Dramatische Musik Dramatische Musik Danke. 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 Biberре Zacharias Die Beobachtung Toll. Was soll ich sagen? Das ist so, der sein soll. Super, super. Geh mal deinen Hund holen, der soll mal gucken. Ein Dollar, ein Dollar. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Der riecht auch lecker, so ähnlich wie du. Wir gehen und rüchen. Wir gehen und rüchen. Wir gehen und schauen, ob wir ihn jetzt. Wir gehen zur Rüppinne. Ja. Okay? Ja. Das ist aber schön. Mein Ding. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist noch herstlich. Was? Guck dir das an. Was sagst du da zu? Mir fällt nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein. Sprachlos. 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 Das ist alles. Wahnsinn. Also wir machen eine Zeremonie für Fotos. Mit wem? Nimmst du mich mit? Ja. Ich habe Platz, bitte. Okay. So, der reich. Die näher uns mal langsam, dann in die Familie. Wir haben Holz. Wir haben Rücke. Wir haben Rücken. Das sind 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 Rücken. Drei Mal? Als der Hirsch auf den Streckenplatz gebracht war, erhielten wir die Nachricht, dass noch ein weiterer Hirsch auf dem Weg zum Streckenplatz sei. Mitjäger Eugen hatte ebenfalls Weidmannsheil auf einen kapitalen Hirsch. Ich erkannte diesen markanten Hirsch sofort wieder. In meinem Film auf Böcke und Saun in Polen nach dem Corona-schotdown ist er bei Minute 18.30 im Bast zu sehen. Er hat den ersten Hirsch auf den ersten Hirsch in Polen und diesen ersten Hirsch in deinen Liebchen in Polen geführt. Also wir machen die bitte. Eugen in Polen Musik 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 Ok Gratulacje Dachbór Dachbór Teraz jeszcze zrobimy z dronem Dachbór Jetzt machen wir noch mit dronem Aber bleiben Sie hier Jetzt gucken Sie hier Kommen wir noch ein wenig näher Ja genau so Und noch ein bisschen weiter rechts Sonst habe ich die Stangen im Gesicht Die hast du auch so im Süden, dann musst du besser nüberschwenken. Aber ich liebe dich. Ja, genau, so hoch. Doch, so noch mal. Gut, aber jetzt. Ja, genau. Ja, genau. Um die Mittagszeit besuchen wir unseren Freund Josef, der seit vielen Jahren die Trophäen meisterlich präpariert. Hier staunten wir über einen kapitalen Hirsch von 10 Kilogramm, der am gleichen Morgen in einem Jagdgenossenschaftsrevier der Oberförsterei Podanin zur Strecke kam. Nun begleitete ich Hermann und Michau. Zunächst wollten wir es im Bestand versuchen, um später dann in einen anderen Revierteil zu wechseln, wo Michau einen guten Hirsch mit einem kopfstarken Rudel bestätigt hatte. So, you make me strong, pretty little thing. You're a diamond in the run, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and so strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and so strong. Hermann und Michau steuerten einen Hochsitz an der Waldkante an, während ich auf einem Strohballen Stellung bezog. Mehrere Hirsche meldeten um uns herum. 250 Meter jenseits des Hochsitzes trat der bekannte Hirsch mit seinem Rudel sehr spät aus. Am folgenden Morgen wechselte das Rudel noch bei Dunkelheit zurück in den Bestand. Wir versuchten ihm zu folgen. 2 3 4 5 4 5 6 7 20 Minuten später kamen wir nochmals an das Rudel heran. Auf 30 Meter standen wir den Tieren Auge in Auge gegenüber. Lautlos zog sich das Rudel zurück. Die Jagdwoche neigte sich dem Ende zu. Hermann und Horst hatten wiederholt Chancen gehabt. Jedoch bisher war Diana ihnen nicht hold. Aber es gab noch den letzten Abend. Hermann und Michau wollten es nochmals an der Stelle versuchen, wo der Hirsch am Vorabend mit dem Rudel sehr spät ausgetreten war. Musik Auf dem das Rudel am Vorabend stand. Hier zeigte sich nun ein einzelner Hirsch. Musik 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 Und auch Horst hatte am letzten Abend ein außerordentliches Weidmannsheil. Mit seinem Jagdführer Jakob konnte er einen kapitalen Hirsch erlegen. Musik Musik Rottkirch am Strecken. 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 Rottkirch am Strecken.